Die Modifikation als auch das Bucket Plugin WorldEdit ermöglichen es dir deine Welt weitaus einfacher und viel schneller zu bearbeiten. In diesem Video aus dem Tutorial Center erkläre ich dir wie die Installation im Singleplayer funktioniert. Viel Spaß! Hey und willkommen zur Bilderwoche hier im Tutorial Center. Um dir WorldEdit im Singleplayer zu installieren, besuche diese Seite von WorldEdit, scrolle herunter bis zum Downloadbereich und klicke auf Download for Forge. Hier wählst du nun rechts aus der Liste der Recent Files WorldEdit für Minecraft 1.8.0 aus und daneben benötigst du noch den Minecraft Forge Modloader, diesen bekommst du auf files.minecraftforge.net und lädst dir hier den aktuellsten Installer Win für die jeweilige WorldEdit Version herunter. Auf deinem Desktop sollte sich nun der Forge Installer als auch WorldEdit befinden. Doppelklickst du nun auf den Forge Installer für Windows, bestätigst die Meldung und hier im Installationsassistenten wählst du Install Client, überprüfst den Dateifad und klickst auf OK. Wichtig ist, dass du die entsprechende Minecraft Version schon mindestens einmal gestartet hast. Hat alles funktioniert? Dann bekommst du dies durch eine Bestätigungsmeldung mitgeteilt, die du bestätigst, öffnest nun deinen Minecraft Launcher. Und sofern hier rechts noch nicht die Forge Version steht, klicke auf Edit Profile und wähle sie aus der Versionsliste. Starte nun dein Minecraft und warte das Setup von Forge ab. Nachdem es gestartet ist, hat sich in deinem Minecraft Verzeichnis einen Mods Ordner erstellt. Zu diesem navigierst du nun, indem du auf deiner Tastatur, Windows-Taste und R drückst, in das erscheinende ausführende Dialogfenster, Prozent, APP Data Prozent eingibst, auf OK klickst, in den Punkt Minecraft Ordner gehst und hier in den Mods Ordner ganz einfach die WorldEdit Datei ziehst. Ist dein Minecraft nun neu gestartet, sollte sich im Mods Ordner WorldEdit befinden, was in diesem Fall der Fall ist, du kannst in den Singleplayer gehen und sofort loslegen und die WorldEdit Commands nutzen. Apropos WorldEdit Commands, da gibt es eine ganze Menge, die wichtigsten stelle ich dir im jetzt hier verlinkten Video vor. In der TutorialCenter BuilderWoche gibt es jeden Tag ein Video zum Thema Building in Minecraft. Diese Videos findest du auch kompakt zusammengefasst in einer Playlist als auch im Forum unter forum.tutorialcenter.tv